jetzt an die Katze rennen ich glaube noch nicht da fehlt uns irgendeine Fähigkeit bevor wir die Katzen sammeln können oh aber wir können hier eine Furtzko machen äh die Übereinstimmung äh äh ich muss da hoch aber da komme ich doch noch nicht hoch hm also können wir es ja doch noch nicht lösen scheiße nein 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 wir brauchen ihn Käpt'n Diabetes achso höchste etwa Diabetes und Superkräfte Dankeschön so jetzt können wir das noch mal aktivieren hier das ist noch aktiviert so Human Guide ich brauche deine Hilfe dann mal los auf die Kacke oh oh was Erntor von Vogeln what the fuck okay Versuch Nummer 2 Leiter bitte nicht hä ich glaube ich habe noch nicht ganz verstanden wie es funktioniert wie kommt er eigentlich hoch ach jetzt ist die Leiter unten oder was äh mach es nicht so schwer äh 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 ich glaube ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch dann mal los kacke hä was hä boah das kann doch nicht wahr sein ich habe jetzt mal gedrückt okay ich glaube ich muss loslassen sobald es grün leuchtet oder was baut ihr hier hinten eigentlich hä wie geht denn das das ging doch gerade noch ach man hä was das hat doch gerade eben bei dem bei dem blöden Ding auch noch funktioniert dann dann mal los noch mal die Augen dabei zu Mann die zugegeben wie der Erklärung wie der Funktion war die 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 in wenn der kleine kleiner werdende gelbe kreis auf das symbol ausgerichtet ist in der luft zu bleiben ich muss gedrückt halten sobald der kleiner wird mache ich doch sagen wir mal was ist das für eine kacke und sich das vielleicht wieder hinstellen da haben wir jetzt die Treppen ich kann das so gar nicht aktivieren okay ja entschuldigung bitte entschuldige wird dann immer so ewig lang weg kollege wie denn jetzt loslassen gedrückt halten in der anleitung steht gedrückt halten wenn man sagt ja nicht doof oder was klar du bist schuld ich habe doch Mann denn ja los bitte nicht das ist doch nicht wahr was ist denn da für eine kacke weiter fliegt der fußkorb 10 untersuchungsrat okay beide fliegt drücke gelben der kleiner werden der gelbe kreis auf das elbe symbol ausgerichtet ist unter luft zu bleiben in der lander gelber kreis mach ich doch nur für eine kacke das ist echt deprimierend hier mann der wasser nur gedrückt halten loslassen nicht ist doch alles scheiße her dann braucht er jedes mal eine stunde besser erhoben ist doch sich das vielleicht stellen irgendwie aber ich kann das doch nicht hinstellen ok ok wir können es nicht nutzen ich halte es gedrückt ich verstehe es nicht ehrlich nun mal kacke ja wenn ich loslassen passiert ist wenn ich springe passiert dass das ist nicht was doch recht komisch ich verstehe es nicht ich verstehe es einfach nicht das kann nicht so schwer sein sobald du fliegst drücke gelb in der kleine werden der gelbe kreis auf das ausgerichtet ist in der luft zu bleiben also später drücken und und dann gedrückt halten oder ja da passiert auch nichts was soll denn das das hat der kralle kurz grün aufgeleuchtet das hat aber schneller jetzt startbereit startbereit haben wir leben versuchen wir es nochmal kann da nicht wahr sein ich laufe gleich weiter machen wir das an anderer stelle ach du scheiß drauf jetzt immer lieber das was sollten wir denn hier machen gibt's ja medica ja hier kommen wir aber nicht rein können wir die ausschalten schalten oh ich höre dich minderjährige dürfen da nicht rein warum nicht aber du bist ja kein gewöhnlicher minderjähriger ja oder geht der und weiter eine sekunde so was haben wir denn da schönes was hat mich so vorgegeben für uns Käse Schreiberide Rezept sich hier gegenstand die Zutaten für Käse Schreiberide beschaffen eine Zutaten macht keine sogenannte Sicherheitssystem Wunder aus ich bin mir zu 16 Prozent sicher dass es nur lackierte Plastik und die ja nein sind es nicht lieber Kuhn nein so jetzt nur mal kurz ins Questlog schauen auf es super scharfes City Schrims finde es geht das dachgereiften Käse was beides hier hinten sonst noch irgendwas also wir scheinen nur dahinter zu müssen ja sieht so aus ja äh es ist einfach nur links und dann kommen mit Hippo vorbei und dann über die Straße da wird ja da ist nicht mehr weiße es ist ein der der Hier komme ich noch nicht vorbei, hier fehlt mir definitiv eine Fähigkeit. Okay, dann ist ich zurück. Ich sollte dich übers Knie legen. Oh, bitte! Gluten-Ebola-Test-Kit? Ja, klingt vernünftig. Wenn wir dann noch... Jetzt hier nirgendwo runter. So. Wir sind praktisch hier lang. Durch die Gasse. Und jetzt nach links. So, ich probiere das jetzt nochmal. Muss doch gehen. Wir brauchen ihn. Human Guide, wir brauchen deine Hilfe. Startbereich! Bitte nicht! Ich hab die Hand nicht am Controller. Fuck! Dann mal los! Wow, wow! Hier, hier! Hört sich so was aus! Hier doch! Ihr habt ein ganzes Outfit! Dankeschön! Bitte! Warum ging das denn vor uns nicht? Ey, das ist doch Bullshit! Ey, das ist doch Bullshit! was? Nein, das ist doch Bullshit! Das stimmt. Na,so, nimmt man das nicht. Das ist doch Bullshit! Ein bisschen mehr auf den Sch yapılagsschen! Ja, das ist nicht ganz so, dass es nicht mehr so ist. Es ist nicht so, dass es nicht vorher ist. Aber es sollte dann mal das nicht. Ja, da ist das nicht. sie darf denn hier rein oder war das in Schönheitssaal ein paar Händen gebrauchen Berndorger zum Beispiel ich hab gerade was gesehen wir müssen dann hier hin und nach oben ne 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 das mal die Latte Typen würden nicht wirklich schätzen einiges von meinen eher intellektuellen Material ich glaube nicht dass da bei dir irgendwas intellektuelles nehmen wir sind hier bestimmt lang Sautbau von der Station wollen wir nicht hier ist das Happy Hippo die Peppermint hier vorhessen und aufgefotzt 4D Anzug Kostüm 4D wir würden die Kraft aktivieren mit dem wir müssen ja irgendwie noch da ist ja noch was sehr merkwürdig alles ich lernte die so ist hier die Kost nein noch nicht was Schietappertown ja ja ich glaube ich glaube mein Gynäkologe hat mir ein Tracking-Chap in die bei Jingle-Changle eingepflanzt äh ich geht Mülltonne das ist einen Tag das ist ein das ist ein das ist ein das ist ein wir freischalten die Tappertown jawohl perfekt die wo ich brauche meine komplette Konzentration um nicht zu kotzen das kann ich mir vorstellen habe ich gesagt vom foto machen so was haben wir schönes ein löffel zu ihm ist aber wenn die bist du auf streife kleiner superheld dann kann mir nichts passieren nein wir haben wohl den neuen ober sheriff in der stadt da hast du mir bloß einen unfug anstellt kleiner super nie aber was ist ein selfie das ist meisterfurt was gibt hallo flasche mit orgasmus kraft metabolischer verbrennungs offen was soll mir dann eigentlich hier kaufe super scharfes city schritten muss ich die kaufen gleich nicht irgendwie kriegen finde es geht das durchgereifte dach kassel foto zu tun machen schicken einmal wiederkommen schade ich dachte wir können mal gucken wie es bei eben im lager aussieht wahrscheinlich nicht so sonderlich gut um und so weiter über das gibt es doch einer von die hinterwärtner oder so weiter und so weiter kaputt machen auch kaputt machen und dann naja Zigarettenstubbel wollte schon immer welche untertaschen haben Jimbo ist ganz wir sind dabei jetzt geht das weinbar da sitzen da oben da sitzt jemand ich muss aber erst mal da oben wir brauchen deine hilfe also soll ich dir die fresse polieren warum würde jetzt echt abbesieben ja ja ich weiß so das wird ein heißer Tanz nicht wirklich ich kann sie nicht dabei lass uns boxen jetzt setzt's was da kommen gleich zwei drüben sind gar nicht stark und reingehauen nehmt eure medizinzwerge der kuhl äh er trifft keinen oder ach cool du flasche ne doch da hinten dritter doch aber dann stehen wir auch da na gut ich geh nein ah wer ist das nächste unsere pupelfressenden sechsklässler überall diabetes wird zurückgestoßen also kann man fast ausschalten und wir stehen nicht ganz so dumm rum na schade damit hättest du rechnen können bitte haus das nächste mal einfach ab aber bereitet eine Pissbombe vor das hat ihn doch schon umgeheuntet oder der war doch fast down super quake da hinten treffen wir nicht können wir hier hin oh da können wir ihn ausschalten dann wollen wir das mal tun ja 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 entschuldigung äh äh so wie verlegt grad ich mach lieber mit rückstoß und voll rein in die fresse das ich nein warum ah die die ich von ganz unten hoch geholt aus wehen ausschalten nein scheiße Hm? I've already let you do a class. There's nothing left to talk about. Tempt me! Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. Ya-ya! I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris and get a penile enhancement and fuck French Jicks? Super Craig. Ha-ha-ha-ha-ha-ha!